Wir sind wieder da und machen ein Secret Achievement. Welcome back. Das wird ja wie immer sagst. Ist doch nicht deutsch. Du musst doch deutsch reden. Ja. Wir suchen hier einen Grill und da soll dann ein Eistapfen drauf fallen. Habe ich gelesen. Auf den Grill, okay. Dann sag mal an. Den müssen wir also irgendwo herkriegen. Du musst natürlich die Gefrierpistole mitnehmen, Dennis. Ja, die habe ich ja immer dabei. Und jetzt sachgefälligst vor der Grille ist. Oder also. Mancherz. Auf Ewigkeit, um hier reinzutun. Ja. Das ist also Chaz. Das muss ich erstmal suchen. Ich habe keine Ahnung. Ja, hast du nicht den Punkt, wo der steht, wenn der auf der Map schaut? Im Video ist der schon keine Ahnung, wo. Also man muss da irgendwo... Da startet er also nicht in der Mitte. Alter, nicht. Da wird mich ja gerade... Hä? Habe ich dieses Level? Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das ist Map-Effekt 2, das ich nicht habe. Ja, das kann sein. Wäre einfach mal das Team-Map, die ich auswählen sollte. C-H-A-S... Oh, hier ist es. Stimmt. Ja, bingo. Startenbär. Okay, warst du... Ja, und was sollen wir jetzt mit dem Grill machen? Deckel runter. Ups. Macht gut. Da oben ist Eis. Schieß es runter. Ach. Ja, sehr herzlich. Jetzt fehlt uns noch eins und zwar's. Strawberry Fields Forever. Und das ist? Warte, haben wir das nicht schon gemacht? Das Spiel? Oder gibt's doch Zeit zum Beispiel? Äh, die Map heißt Invasion. Welche ist denn das? Heißt die bei uns auch so? Das sagt man damit gerade nichts. Mehr Spieler kosten. Außer die ist in dem Effekt, dass ich nicht hab, dann kann ich's nicht wissen. Ich hab keine, die Invasion heißt. Ist bei dir eine? Ja. Jetzt haben wir ein Problem, es gibt kein Problem. Das ist die, die auf der Karte ein echt cooles Laufsystem der Gegner hat. Laufen die da wirklich? Alter, die laufen da wirklich so lang? Mein Gott, sind die schlau. Nicht. Ja, so wie ein Komplexer, das heißt. Ja, YOLO. Boah, ich kauf dieses Lappet. Die laufen komplett im Zickzack-Muster. Ja, ich kauf mal. Die laufen einmal komplett nach hinten und hab ihn da noch vornimmt, Zickzack. Das ist... Ich brauch mir denn hier am sinnvollsten. Naja, egal. Ähm... Wir müssen jetzt wieder so eine kleine Box finden und so eine Erdbeere schießen. So wie wir's schon mal gemacht haben in dem anderen Level. Dann sag, wo die Box ist. Und... Das weiß ich nicht, weil da kein Video ist. Also such. Ja, ja, geil. Das ist die Frage, wie kann man hier überhaupt was bauen? Und nur auf den Zwischensäulen... Ja, sieht fast so aus. Okay, was glaubst du denn, ist hier gut? Damit wir die ein bisschen in den Schach halten können. Man kann Felder bauen, das ist schon mal toll. Ich hab noch keine Ahnung. Ja, was glaubst du, was hier für Türme bei diesem Riesenfeld gut wären? Ich mach Steu-Laser, wenn wir wieder mal... Hm, Steu-Laser... Wo bist du? Box. Hä, was ist denn das für ein Gegner, der da kommt? Ach, das ist der, der es jetzt nur in dieser Map gibt, beziehungsweise nur in diesem Map-Hack. Der schießt auf den Spieler. Okay, soll nur Streu-Laser bauen? Das macht gar keinen Sinn. Streu-Laser, haben wir mal Stoffel 2. Wieso hab ich jetzt next? Block. Streu-Laser. Block. Ich googel das jetzt. Das finden wir sonst nicht. Irgendwer würde das schon als Video gemacht haben, wenn es gerade hier nicht da ist. Ich mein, hier ist schon ein Video, so wie all die anderen auch bisher, nur ist das nicht ansehbar. Ist das entfernt worden? Hm. Ja. Ja, okay, ich hab eins. 15 Sekunden, ich kann ja nicht allzu weit weg sein. Kann man da hoch? Vielleicht, wissen wir nicht so aus, jetzt wär da was. Wer baut Gettles im Akku? Okay, Mann. Wo war die Box? Wo war die jetzt? Ja, genau. Die hätte ich ja je, ja, garantiert irgendwann mal gefunden. Ja, definitiv. Oh, ich hab die Erbeere schon mal gefunden, ne? Oh, das ist gut, wo? Zeig. Ja. Wer sollte das... Warum, Till, wo bist du hingelaufen? Ich stand da neben dir. Da. Weil es bei mir ziemlich rum ist. Wo ist jetzt der Blocksman? Wie weit müssen wir den ballern? Wahrscheinlich über die halbe Map, oder? Äh... Ich seh nur Kästen. Ah, warte. Da oben. Ja, da oben. Und wo oben? Ich stell mich direkt runter. Da oben drauf. Raauf. Musst du runter schneiden. Was genau drauf? Egal, ich schieß es runter. Also, ich seh den Menschen selber nicht. Hä? Oh, ich weiß jetzt nicht. Oh mein Gott. Wo es ist. Ich glaube, er rutscht weiter... Er rutscht weiter nach hinten, wenn wir drauf schießen. Ist das gut? Sag mal so. Soll ich halt... Wenn wir dann mal runterkommen, dann schauen. Ja, ist es gut, dass wir ihn weiter nach hinten schießen, oder müssen wir ihn weiter nach vorne schießen? Wir müssen ihn hier runter holen. Ja, schon schön. Wir sehen, wie... Ja. Ja, der ist da irgendwo zwischendrin. Wir brauchen jetzt einen Alper, damit ich hochgucken kann. So erkenne ich das einfach gar nicht. Na, dann los. Bist du das? Ah, hier, hab ich. Schieß den noch nicht zurück. Der ist immer noch oben, Mann. So. Ach so, du machst es in die andere Richtung. Ja, da würde ich sagen, ist das besser. Wollen wir uns mal im Gegner? So, hast du... Wo genau ist denn heruntergefallen? Dammit. Sei so nicht. Aua! Hab ich die Orientierung verloren. Ich hoffe, der kann nicht in diese Löcher reinfallen. Wo ist er hin? Ich hab grad auf ihn geschossen. Ist er im Gegner drin? Und ich sehe ihn deswegen nicht. Weiß nicht. Locksman? Wo bist du? Die Gegner waren nicht richtig. Ich muss mich verarschen, wo ist der hingerutscht? Ich hab da nur ein bisschen Pistole drauf. Jetzt haben wir Zeit zu suchen. Ja. Und wir sollten mehr bauen. Also er ist irgendwo am Boden. Das kann ich dir sagen. Oder sollte er zumindest. Ich hoffe nicht, dass er in diese Löcher reinfallen kann. Das wäre echt behindert. Wo ist er denn hingeflogen? Also wenn er von da runtergefallen ist. Ja, den Boden hab ich ja gesehen. Dann hab ich ihn angeschossen und jetzt hab ich keine Ahnung wohin. Achso, du hast ihn. Okay, wo war das? Ich hatte ihn. Oh, gute Folge. Jetzt stehe ich ja nicht mehr an der Stelle. Ich würde auch warte. Der ist von da runtergefallen. Wird wahrscheinlich hier irgendwo gelandet sein. Würde von echt da unten gelandet sein. Ich weiß nicht, ob in die Löcher zwischen diesen Dingern reinfallen kann. Wenn ja, dann ist das richtig scheiße. Ja, ich denke, das ist passiert. Also ich... Der ist auf einmal ganz schnell weggeschlagen. Hab ich den gar nicht mehr gesehen, den Sack. Und wenn du das Turbo anschaltest, können wir auch gleich mehr Dinger bauen am Anfang an dir. Schilder. Ich such den. Ich will den finden. Der ist aussitzlos. Der ist auf jeden Fall in Ordnung. Es ist genug Platz. Der ist nicht so groß. Nein, der ist definitiv hier irgendwo oben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube kaum, dass die das wirklich machen, dass der da runterfallen kann. Das wäre zu asozial, der von den Entwicklern. Gucken wir doch mal von hier. Vielleicht ist er ganz an den Rand geflogen. Ah, scheinbar nicht. Komm schon, kleiner Blocksman. Da hier irgendwo. Das ist garanziert darunter. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Oh, da ist der Tod. Das ist ein Moor. Entwickler. Der was Entwickler? Ein Moor ist das. Was? Dass der da runterfallen kann. Das man in die Tumor. Da musst du alles immer von vorne machen. Das wäre zu asozial. Ja. Also der im Video passt echt total auf. Der macht das immer exakt mittig. Ja, aber womit schießt der denn? Sniper. Womit dann? Legt er damit nicht zu weit? Sniper der heftigen Rückstoß? Nee, überhaupt nicht. Das sind nicht mal drei Schritte. Okay. Es gibt nicht mal einen, der wir wiederholen werden. Lächerlich. Osten. Nee. Wo war der Shit? mit. Ah. Die war's. Das ist ja ein geiler Teleporter. Da darf man erstmal springen. Was soll ich hier für Dinger hinbauen? Streulacer? Oder willst du was anderes sagen? Ja. Aber nicht so viele Kästen. Nämlich. Kästen sind so schön. Also ich schieße es runter dann. Oh, ein Verletzer. Oh, da hinten sind noch welche. Soll du jetzt überall Streulacer rein? Sollen, wollen, wie du willst. Sollen, wollen, wie du willst. Sollen, wollen, wie du willst. Und vergiss nicht, einen Sniper-Upgrade zu machen. Gut, dass man auf der... Warum... Dann haut der da nicht noch weiter weg? Nein, du kannst zweimal schießen ohne nach dem Anzug. Soll ich nur eins machen oder auch gleich das zweite? Jetzt hast du eh nicht mehr genug Geld. Boah, natürlich hab ich noch genug Geld. Du brauchst 150. Nein, ich brauch... 50 fürs erste, 100 fürs zweite. Das erste hab ich schon gemacht. Also, wär gut. Du gehörst, das ist dein Geld. Ach, das wär unser Geld. Äh, wo ist denn der jetzt? Der hat unten gelandet. Achso, ja. Oh, lol. Der ist grad runtergehoben. Okay. Warum kann man dich nicht schieben? Das wäre viel sicherer. Au, au. Guter ist die denn nicht. Hä? Wieso kommt jetzt das? Weil das random ist. Boah, pass auf. Der bewegt sich echt langsam. Warte, lass einen am Leben. So. Ich hoffe, der stirbt dann schon selber. Na? Der? Hä? Wo ist er jetzt? Der lag gerade hier. Da hab ich drauf geschossen. Da ist er verschwunden. Hä? Soll der jetzt ein bisschen lang gerutscht sein? Der lag doch hier. Ich meine, ich hab in Richtung der Wand geschossen. Der fällt doch nicht auf Wände durch. Doch. Da hab ich ja nicht mal fliegen sehen. Und soweit wäre da eigentlich gar nicht geflogen. Das war kein Sinn. Also einmal haben wir, glaube ich, beide drauf geschossen. Aber da ist trotzdem normal weit geflogen. Und dann hab ich nochmal drauf geschossen. Und als wir beide drauf geschossen haben, war er kurz in der Luft. Und hing in der Luft fest. Und dann hat er sich bei mir Luft aufgelöst. Nein, bei mir lag er hier am Boden. Bei mir hat er sich gleich aufgelöst. Und das bedeutet... Das bedeutet, er ist irgendwo ganz mal anders hingeflogen. Und bei uns beiden ist er rumgepackt. Okay, er wäre wie im Findestags. Ich seh ihn gerade nicht. Ja, ist die Frage. Warte mal. Wo genau lagen der ursprünglich hier? Und dann haben wir beide nach da geschossen. Kann man da unten gucken. Ja, gut. Da würde man den nicht sehen, wenn der liegen würde. Und seitens, glaube ich, hat er sich einfach nur weggepackt. Das ist doch scheiße, warum gibt's solche Bugs? Ist ja lächerlich. Naja, normale Menschen machen das eigentlich immer so. Und diese ganzen Prinzipien. Ja, und? Was Multiplayer geht, soll Multiplayer gehen. Er ist halt so miserabel programmiert. Sollen wir es nicht hinhalten. Wir sollen das mal 888 mal testen, ob das funktioniert. Ja, so oft sollen das. Ich würde sagen, wir müssen jetzt eh restarten. Und dann schießen wir mit Zeitabstand. Oder du schießt und ich kümmere mich um die Gegner. Dann kommen wir uns überhaupt nicht um die Queer. Ist das behindert? Ist das behindert? Warum tun die Entwickler alles so Multiplayer unfreundlich programmieren? Das ist nicht nett. Da ist nicht ein neues Aufstieg. Es ist ein neues Aufstieg, oder? Oh, das ist ein neues Aufstieg. Oh, das ist ein neues Aufstieg. O, das ist ein neues Aufstieg. O, das ist ein neues Aufstieg. Ja, von dort kannst du ihn so runter snipen, dass er beim ersten Schuss auch unten ist. Das kann man aber auch von einer anderen Position, die unten ist. Ja, aber sowas schöner. Dann place mal deine Dinge. Den ganzen Towers. Die Tower of Power. Die Tower of Flower Power. Okay, willst du die Gegner zu Tode verletzen oder was? Ja, ich verletze gerne. Ich sehe ihn runterfallen. Ist er auf dem Block gelandet? Ich schieße ihn hier runter, okay? Au! Wo ist er? Wohin hast du ihn geschossen? Ich sehe nur Gegner. Aber er muss da eigentlich liegen. Ja, wo genau? Jetzt komm bitte. Ja, da wo du stehst. Okay, wenn die Leichen weg sind und er ist nicht da. Oh, da ist er ja. Zwischen den Füßen. Okay. Sind wir echt auf Easy? Die leben irgendwie so lang. Natürlich sind wir auf Easy. Wir sind immer auf Easy. Ich drücke immer auf Pfeil runter, was das dann wieder runterstellt auf Easy. So, das geht jetzt am Turbo, dass die so resistent sind. Oh. Äh. Wirst du noch mehr Verletzer bauen? Sind das alles Verletzer? Nicht alles. Ja, die Streulaser, die ich gebaut habe. Und der Rest ist Verletzer. Aufsache... Willst du mehr Verletzer haben, oder was? Ja, ich brauche gerne Verletzer. Was sagst du? Die machen Aua, Aua. Ich denke, wir brauchen noch ein paar Wellen, bis du den dahin geschossen hast. Oh. So. Wo genau lag der jetzt nochmal? Ich habe mich hier wegbewegt. Ah, da. Okay, dann schieße ich den erstmal nach da hinten. Das sollte das eigentlich bequemer sein. Und schoss. Und schoss. Und schoss. Und schoss. Und schoss. 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 Loll, haben die mich erschrocken. Geht weg! Bist du wieder? Ich bin doch nicht! Ich bin doch nicht echt. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Du sie von der L Senin. Geht weg. doch nicht. Hast du ihn verloren? Naja, ich hab drauf geschossen, aber er ist einfach verschwunden, statt sich weiter zu bewegen. Obwohl er eigentlich keinerlei Loch so weit in der Nähe war. Weißt du, wie wär's damit? Wir machen das jetzt beide im Single-Pair. Oh, warte. Warte. Du, ich nicht. Ich hab das levelt. Ist das behindert? Und die Entwickler sind nicht da, damit man sie zusammenschlagen kann. Ich würde mal gerne wissen, wo der hin ist. Na weg, so direkt weg. Warum haben die nicht irgendwas eingebaut, dass wenn man den gefunden hat, dass man den immer orten kann? Ja, das kann man direkt. Nein, ich sag nicht. Ich kann's nicht im Single-Player machen. Ich hab immer noch meinen Bitch-Checkpoint, den ich nicht verlieren will. Ah, okay. Dann schauen wir hier, Kommentare unter dem Video. Ich versuch das jetzt schon seit über einer Stunde, aber dieser scheiß Würfel verschwindet einfach ständig. Er verschwindet, nachdem man ihm zu oft angeschossen hat, schreibt man. Was? Ja, aber wie soll man denn ja sagen? Man kann ihn doch nur das Schießen transportieren. Ein anderer schreibt, dass er schon verschwindet, wenn er nur das zweite Mal drauf schiebt. Wow. Ja, ich weiß nicht. Also der Typ hier im Video schafft das in eineinhalb Minuten. Ja, der schießt nur mit Sniper drauf, oder wie? Ja. Auf welcher Stufe? Zweite nur. Und dann dritte Maler, dann Upgrade. Fünfter Schuss, sechster Schuss. Wie soll man das denn schaffen? Das ist so ein weiter Weg. Warum programmiert man das so scheiße? Wahrscheinlich kam irgendein Patch und der hat das kaputtgepackt, bin ich mir ganz sicher. Anfangs hat das alles funktioniert. Er hat 22 Schuss gebraucht. Hast du jetzt nur die Sniper benutzt, oder auch so? Die Sniper. Tja. Der ist, glaube ich, schon nach dem fünften oder sechsten Schuss kaputt gegangen. Oder keine Ahnung, ich habe es nicht mitgezählt. Aber auf jeden Fall waren es keine 22. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ich bin jetzt wieder im Level und, achso, probiere jetzt die Taktik. Ich bin auf dem Level. Da, aber ich, da, steuere ich ihn da gegen diese komische Wand. Na, mach, du, du, meins. Werde ich mal probieren. Na toll, der fällt natürlich gar nicht runter. Ich brauche nur einen Turm und dann kommen die Gegner. Das war also ziemlich. Das war jetzt ziemlich sinnvoll, weil der fällt natürlich gar nicht runter, wenn ich den da lang schieße. Wo ist denn der jetzt? Irgendwo da oben. Nein, das ist er nicht. Da ist er. Dann so. Und der Seite Schuss. Er fällt runter. Okay. Flick und sieg. 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 Das ist echt ein ewig weiter Weg. Diesen armen kleinen Box-Head. Wird die ganze Zeit angeschossen. Getreten. Naja, wir haben so ein paar Lebenspunkte gefasst verloren. Okay, ich bin schon sehr weit. Und ich sitze im Baum. Okay. Also ich... Das könnte hinhauen. Wenn er jetzt nicht gleich verschwindet, dann könnte das hinhauen. Okay. Okay. Er ist verschwunden Ah, komm schon Dein Dreck Okay, lassen wir das Secret Achievement mal aus Kann es sein, dass es vielleicht an der Zeit liegt, wie lange wir in dem Level verweilen? Ich weiß noch nicht Naja Äh Unmöglich ist alles Naja, ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert Ich will es jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal probieren, aber ohne euch Tschüss Ciao